So. Und dann, irgendwie ist die Störung ja gerade in diesem Bumsig. So, und hier sehen wir, wie gesagt, das ist unser kleinster Becken, meine Güte. Und hier ist irgendwie, wenn man die Fläche sieht, am meisten los. Okay. Hier ist ja ganz schön was los, ey. Na komm. Oh, das war ein Bauchplatscher, das tut weh. So, hier haben wir dann ein bisschen Grünidylle, wo die Badegäste sich dann wirklich komplett ausruhen können, mit unheimlich vielen Pflanzen, Beeten, Hecken. Und genau das braucht man halt auch für ein Wohlbefinden der Badegäste. Und ich habe dafür gesorgt, das ist auch wichtig, wenn man zum Beispiel sich hier oben mal meine Parkwertung anschaut, wenn man überall 100% erreichen möchte, was jetzt hier mit der Sicherheit... Ah, schade, schade, ne? Das wäre auch schön, wenn das jetzt auf 100% wäre. Man muss dafür sorgen, bei den Attraktionen, dass man wirklich so viel wie möglich baut, überall, bei den Einrichtungen Sauberkeit, dass man so viel wie möglich an Gärtnern einstellt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal eine umfangreiche Werbekampagne starte, zack, habe ich 50 plus. Das ist natürlich ganz was anderes, wie wir es eben gesehen haben. Bei der Beckengestaltung, Wasserqualität, so viel wie möglich Gärtner einstellen, beziehungsweise Reinigungskräfte, das ist Reinigungskräfte, Entschuldigung, Reinigungskräfte reinigen die Becken, die dafür stetig sorgen, dass das Becken sauber bleibt. Bei der Versorgung auch natürlich so viel wie möglich Fressbuden bauen, das kann man danach sehen, baut man welche, steigt natürlich der Prozentsatz hier und dann einfach so lange welche bauen, bis wir hier 100% haben. Das Ambiente, da muss man natürlich für sorgen, dass man schaut. Egal, welchen Sitzplatz man hat, egal, welche Liege man hat und egal, ob man, Moment, wo habe ich es? Eine Liegewiese, ich finde jetzt hier gerade keine Liegewiese. Aha, wo sind Liegewiesen? Hier vorne, glaube ich. Ne, hier rechts. Hier meine ich sind Liegewiesen. Ach, total leer. Schockschwere Not. Wo sind denn hier Liegewiesen? Ich habe gar keine Liegewiesen. Moment. Da kann er jetzt nicht sein. Ich muss doch hier irgendwo Liegewiesen haben. Nirgendwo Liegewiesen? Tja, habe ich abgeschafft. Das haben wir zu... Oh. Äh, ja. Hier sehen wir ja gerade ein gutes negatives Beispiel. Warum ist denn hier kein Gärtner in der Nähe? Ja. Dieser Müllhammer ist eine Schande für den Park. Entweder sorgt man jetzt dafür, dass hier so schnell wie möglich ein Gärtner hinkommt, der eigentlich schon längst auf dem Weg hätte sein müssen. Toll. Oder man macht Trick 17. Wir reißen den Mülleimer ab und setzen einfach einen neuen hin. Kostet natürlich, aber scheiß drauf. Und das Schöne ist, für dieses Spiel gibt es keine Cheats. Und diese gelbe Nebelwolke, die verzieht sich jetzt so langsam und die Badegäste freuen sich wieder. Ähm, hier für dieses Spiel gibt es keine Cheats. Das heißt, dieses Geld, was wir hier sehen, das habe ich mir alles selbst erspielt. Natürlich hat man dann den Vorteil, wenn man hier 5 Sterne hat, dass man hier sehr hoch alles einstellen kann und natürlich dann auch sehr viel Geld verdient. Und Darlehen habe ich auch schon alles zurückgezahlt. Und, ja. Da bin ich schon sehr stolz drauf. Und deswegen finde ich es auch schön, dass ich jetzt hier euch als, ja, er möchte hier sitzen. Das sehen wir hier oben auf dem Symbol. Finde ich jetzt ein bisschen blöd, denn überall in der Nähe sind Sitzgelegenheiten. Äh, finde ich jetzt, es kann doch nicht sein, dass es keine Sitzgelegenheiten gibt. Da finde ich das Spiel ein bisschen blöde, weil, äh, das ist dann der Grund, warum wir hier dann zum Beispiel keine 100% bekommen. Hier ist nämlich jetzt zum Beispiel das Ambiente auch wieder auf 99 gerutscht. Eben so, durch solche Sachen. Er steht wie, ja, genau, wie hier zum Beispiel. Na, komm, lass dich anklicken. Langsam könnte ich ein Getränk verlangen. Dann geh aus dem Wasser und hol dir was. Nein, sie spüren weiter. Sie stehen direkt neben freien Sitzplätzen, setzen sich nicht und wollen trotzdem, dass man sich setzen kann. Ist ein bisschen schade. So, aber, wir sind bei den Liegewiesen stehen geblieben. Oh, 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 oh. Was ist das? Das ist natürlich auch Kacke. Das ist natürlich eine vertrocknete Pflanze. Diese heruntergekommene Pflanze ist eine Schande für das Ambiente. Ein Gärtner sollte sich schnell drum kümmern. Ja, normalerweise würde ich mir jetzt wünschen, pass mal auf, hier soll jetzt ein Gärtner hinkommen und das alles hier mal wieder managen. Geht aber nicht. Das Einzige, scrollen mal. Das war meine Katze. Ihr ist auch warm. So, Katze versorgt. Wir stellen einen Gärtner ein. Zack. Holen uns ihn hier in die Übersicht. Geht umher. Der müsste jetzt normalerweise zum Park reinkommen. Ja, da ist er nämlich. So, und sagen dem, pass mal auf, äh, hallo? Hallo! Ach so, Moment. Hier war das. Pass auf, du kümmerst dich jetzt nur um diesen Abschnitt hier. Und da haben wir die Möglichkeit, Moment, war das Mitarbeiter entlassen, war es nicht? Wo war es denn jetzt? Einen Arbeitsbereich zuweisen. So, und da haben wir hier, 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 äh, hallo? Nein, sobald man hier irgendwas, ja, und das ist jetzt das Blöde gewesen, sobald wir hier irgendwas anderes anklicken, wie zum Beispiel den Beckenrand, zack, ist der Mitarbeiter weg. Das ist auch ziemlich nervig. Das ist echt mega nervig. Also nochmal, das, 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 das. Das noch, das noch, das noch. So, dann sollte es das jetzt hoffentlich auch gewesen sein. Jetzt schauen wir mal, wo er gerade ist. Der müsste nämlich jetzt eigentlich auf dem Weg zu seinem Arbeitsbereich sein, da geht er nämlich. Beschleunigen können wir das leider nicht, aber er wird sich dann gleich um diese Pflanzen kümmern und, ja, dann denke ich mal, werden wir das dann auch in den Griff kriegen. So, aber wir haben immer noch keine Liegewiese gefunden. Doch, da sind sie. Ich wollte doch sagen, ich habe doch hier irgendwo Liegewiesen gebaut. Und da legen die Balegisten sich dann hin auf ihrer Matte und genießen. Guck mal, hat die sogar ein... Was ist das da? Ist das ein Stein? Soll wohl sein, damit das Tuch wohl nicht fliegen geht. So, und das Ambiente hier ist natürlich auch sehr gut. Und hier muss man, was ich gerade eben sagen wollte, um das Ambiente auf 100% zu bekommen, muss man jedes Objekt anklicken und schauen, ob das Ambiente in der näheren Umgebung wirklich sehr gut ist. Und natürlich, ob die Pflanze, hier, wird gut gepflegt. Dass die Pflanzen gut gepflegt sind, dass die Hecken hier gut gepflegt sind, dass die Einrichtungen hier immer ein sehr gutes Ambiente haben. Dafür muss man sorgen, um Ambiente 100% zu bekommen. Und Thema Sicherheit muss man dafür sorgen, ich habe es euch eingehend schon gesagt, dass man guckt, mit den Bademeistern hoch sitzen, dass man den gesamten, das kann ich euch zeigen, ihr seht das überall, dass man den gesamten Park abdeckt. Das heißt, jedes Fleckchen muss abgedeckt sein von dem Hochsitz. Und natürlich muss man dann dementsprechend viele Bademeister angestellt haben, die diese ganzen Hochsitze abdecken können. Und wenn man das hat und kein Unfall passiert, dann hat man 100%. Okay, Sicherheit, was? Sicherheit wie so 99%. Das ist schade. Starten wir noch eine Werbekampagne. Wir haben jetzt schon 457 Badegäste. So, schauen wir mal, ob unser Gärtner angekommen ist und seine Arbeit tut. Jawohl, da ist er. Und hier sehen wir dann natürlich die Pflanze. Diese Pflanze wird gut gepflegt. Sie hat genug Wasser und einen sehr positiven Einfluss auf das Ambiente in ihrer Umgebung. So, wenn wir das Ganze natürlich jetzt im Negativen machen. Ach, guck mal. Wo kommst du denn her? Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Diese Pflanze hier ist da runtergekommen in eine Schande für das Ambiente. Ein Gärtner sollte und zack, wird gut gepflegt. Sie wird dann wieder grün und das Gleiche passiert jetzt hierhin mit unseren wunderschönen grünen Palmen hoffentlich. Wird gut gepflegt. Ja, da geht dann, ach guck mal hier, jetzt kommen sie aus allen Löchern hier. Ist doch nicht wahr. Ja, in der näheren Umgebung könnte ruhig besser sein. Warum? Wegen den Pflanzen. So, du machst da und die Pflanze müsste jetzt gleich wieder grün werden. Jawohl. Ihr seht ja mal schön den Unterschied. Ja, und schon ist das Ambiente hier wieder sehr gut. So, normalerweise müssten wir jetzt Ambiente, naja, 100 Einrichtungen, Sauberkeit. Schade, schade. Ich hätte gerne da um die 100 gesehen, aber es hat nicht sollen sein. Tja, Freunde, und kümmern wir uns noch einmal kurz um die Rutschen. Da sehen wir auch, dass die Gelbe die höchste ist, nach der Orangenen. Hier haben wir natürlich immer die Möglichkeit, mit der Wendeltreppe, also höher geht's nicht, hier offene Röhre oder geschlossene Röhre zu bauen und dann geht's hier runter. Runter, 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 und dann hier hinten ins Becken. Auch noch mit einem kleinen, freien Fall, der auch nicht gerade klein ist. Ja, das war es eigentlich schon. Eigentlich ist gut, ich weiß nicht, wie lang ich jetzt dieses Video hier jetzt schon habe, aber ich werde das splitten so ungefähr um die 15 bis 20 Minuten jedes Video und, äh, ja, damit die Playlist auch ein bisschen voll ist, wenn ich nur ein Video hatte. hier hinten finde ich es eigentlich richtig schön gemütlich, aber leider Gottes, hier kommen keine Badegäste hin. Dass hier jetzt tatsächlich eine Mal im Wasser ist, ist wirklich eine Ausnahme, aber ihr seht auch hier, guck mal, zwei Badegäste nur gehabt, unglaublich. Das Ambiente hier ist auch sehr gut, das heißt, hier wird sich überall gut drum gekümmert, auch hier die Liegewiese. Ja, hier wieder die kleine Fressmeile, da muss man immer drauf gucken, dass die Müllearme, die hier in der näheren Umgebung stehen, wirklich alle sauber sind. Hier wieder ein kleiner Spielplatz, das bietet sich immer an, unter diesen Riesenrutschen das zu bauen, denn da kann man seltenst irgendwas anderes anständiges drunter bauen. So, ach, der Köter ist wieder draußen. Egal, jetzt muss ich Schluss machen, ansonsten haben wir die ganze Zeit hier den Köter im Hintergrund. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Show hier gefallen, ich hoffe, euch gefällt mein Park. Jetzt kann ich es euch mal zeigen, guckt euch das an, das ist doch nicht normal, oder? Das kleinste Becken, wo nichts drin ist, da sind keine Objekte außer vier Leitern, ne? Und hier der Sprungtor, mehr ist da nicht drin. Und wir haben hier, wie viele Leute haben wir da drin? Na, minus zwölf, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achzehn, neunzehn, also neunzehn, zwanzig, zwanzig Leute in so einem kleinen Becken. Wenn man das mal auf das große Becken hier dann überträgt, müssten ja dann hier, weiß ich nicht, 40, 50 Leute drin sein. Also, oder noch mehr. 100 Leute müssten hier drin sein. Ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ich vermute mal, dass es irgendein Bug ist oder so, ich weiß es nicht. Weil die gehen einfach nur da rein, schwimmen einmal von links nach rechts und gehen dann wieder raus. Das ist halt komisch. Aber hier, ihr könnt es sehen, die Wasserqualität 100%, ne? Sehr schön. Hier unsere kleine Allee. Da hinten war man noch nicht. Unser kleiner Spielplatz hier. Da blinkt schon wieder einer auf dem Sprungblatt, äh, auf dem Trampolin. So, dann würde ich sagen, wir haben den Park so betreten, so verlassen wir ihn auch wieder. Ja, hier ein wenig in den Schlangenschwall. Dann raus. Hallo Kleiner. Da, WPT, Waterpark Tycoon. Mit einem Delfin drauf. Wir gehen duschen. Dusch, dusch, dusch. Gehen dann in die Umkleide. Umkleiden, umkleiden, umkleiden. So, und verlassen den Park. Es war schön hier. Ich komm bestimmt mal wieder. Und tschüss. So, Freunde. Ich hoffe, euch hat das kleine Let's Show hier gefallen. Und ja, hoffe, dass wir uns bald vielleicht mal wieder bei einem Let's Show wiedersehen. Jetzt hoffentlich, dass ihr die Hitze, die wir ja jetzt im Moment haben, noch ein wenig genießt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage kühle Grüße und enden wir bei 18. Adieu. Bis zum nächsten Mal.